Lars ist Administrator in einem mittelständischen Unternehmen. Er hat vor kurzem Office 365 eingeführt, um seinen Kollegen ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld zu bieten. Lars hat viele Aufgaben und daher nur wenig Zeit. Er kann nicht in Ruhe prüfen, welche der vielen, vielen Sicherheitsfunktionen von Office 365 für sein Unternehmen wichtig wären. Und er möchte alles richtig machen, um das Nutzererlebnis seiner Kollegen nicht zu beeinträchtigen. Ein befreundeter Administrator empfiehlt ihm. IW Office 365 Security, ein Managed Security Service von InfoWarn. InfoWarn übernimmt jetzt für Lars die regelmäßige Sicherheitsanalyse des Tenants. Diese umfasst Nutzer, Geräte und Daten. Lars erhält pro Monat zwei bis drei individuelle Empfehlungen, welche Sicherheitsfeatures für sein Unternehmen sinnvoll wären. Wenn Lars die Vorschläge gefallen, implementiert InfoWarn die Features gleich für ihn. Zudem informiert InfoWarn Lars monatlich über Sicherheitsneuigkeiten. Lars ist begeistert. Ein Spezialist überwacht jetzt das Sicherheitslevel in seinem Unternehmen und das Sicherheitsniveau steigt stieglich an. Lars hat jetzt mehr Zeit für seine Aufgaben. Sie möchten wie Lars die Sicherheit ihres Tenants erhöhen? Melden Sie sich hier für einen kostenlosen Sicherheitscheck an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.